Die ganze Fußballwelt freut sich auf dieses Spiel, aber dieses Spiel möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Es ist die Wiederauflage vom Champions-League-Finale und für mich ein besonderes Spiel, weil ich zwei Jahre auf der anderen Seite war, bei Paris Saint-Germain. Aber ich bin zu 100 Prozent beim FC Bayern und möchte das Spiel zu 100 Prozent gewinnen. Crazy Story, sag ich mal. Dass man sich so schnell wieder trifft, hätte vielleicht keiner erwartet. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich es lieber erst im Finale gehabt. Aber ich freue mich, die Jungs wiederzusehen. Und das hat mir der eine oder andere geschrieben, ey, wir sehen uns. Sei bereit auf Spaß. Ich habe auch zurückgeschrieben, sei du auch bereit. Ja, es ist eine besondere Geschichte und auf die freue ich mich auf jeden Fall. Das sind super Jungs. Wenn wir jetzt über deren Qualität sprechen, ist die natürlich außergewöhnlich. Individuell haben die enorm viel drauf und es hat Spaß gemacht, mit den Jungs zusammenzuspielen, definitiv. Also ganz ehrlich, ich muss da keine großen Tipps geben, weil wenn man auf diesem Niveau gegeneinander spielt, der eine oder andere weiß genau, mit wem er es zu tun hat und dass man zu 100 Prozent fokussiert sein muss, zu 100 Prozent da sein muss und ja, seine Bestform erreichen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, kann das ganz, ganz schnell gehen, dass man dann den Kürzeren zieht. Gegen die beiden muss man natürlich mehr als aufmerksam sein, das ist klar. Aber nicht nur die beiden, auch andere Spieler. Klar sind die noch mehr im Fokus, die sogenannten Superstars der Mannschaft. Aber du hast so viele Top-Leute in der Mannschaft dort, auf die wir aufpassen müssen. Das ist ein Verein, der gespickt ist mit Top-Stars, eine Top-Mannschaft. Aber das ist der gleiche Fall hier bei uns. Der Respekt vor diesem Spiel auch auf deren Seite. Der ist schon da, das spürt man schon. Paris Saint-Germain generell ist selbstbewusst und möchte jeden Gegner schlagen und genau so sind wir es auch. Kimmich, der ist gut und der ist drin! Komm an, Kick-Sick, komm an! Die Jungs wissen, dass sie ein Brett vor der Brust haben, aber wir wissen auch, dass es sehr, sehr schwer wird. Und ich glaube, die ganze Fußballwelt freut sich auf dieses Spiel wieder. Ganz Paris, ganz Frankreich sowieso und Deutschland auch. Also, ich würde schon was Besonderes. Ich bin zuversichtlich, weil wir haben Vertrauen in uns selbst. Wir haben super Jungs in der Mannschaft und das Wichtigste ist letzten Endes nicht nur die individuelle Qualität, sondern dass wir es zusammen als Mannschaft auf den Platz bringen und das ist auch die Stärke von Bayern. Klar, die haben ein großes Ziel mit der Champions League und wir haben auch ein großes Ziel, wieder die Champions League zu gewinnen. Die Jungs werden super motiviert sein, wir werden motiviert sein. Es wird ein besonderes Spiel werden und ich freue mich. Beide für die Peace Show. Beide für die Peace Show. Beide für die Peace Show. Untertitelung des ZDF, 2020